Dieses Objekt ist natürlich nicht von mir, wie du weißt. Welches Objekt? Oh ja. Ja, die Hälfte habe ich eingeheizt, weil da die Motten drin waren. Und aus dem Rest ist das dann irgendwie... Die Schuhe sind noch da, die Hälfte habe ich eingeheizt. Und der Dr. Ecker hat gesagt, um Gottes Willen, das brauchen wir. Und hat es dann in einen Müllsack gepackt und mit dem ist er gegangen. Und das ist dann in einem Müllsack.